hallo und willkommen bei watch max's uhrenvideos mein name ist axel und ich freue mich dass du heute rein geklickt hast ja heute geht es weiter mit meiner kleinen serie über 17 schwarzwald marken der erste teil ist richtig gut angekommen ich habe wirklich tolles feedback bekommen und deswegen freue ich mich ganz besonders heute mit dem zweiten teil weitermachen zu können ich möchte über vier marken sprechen heute und das möchte muss ich betonen denn ich werde nur über drei marken im detail sprechen da komme ich aber gleich noch zu wir bleiben im nordschwarzwald und wir haben heute auf dem programm und ich fange diesmal von hinten an jochen benzinger eine marke die mich ähnlich fasziniert hat wie ribot tourbillon wenn auch nicht auf der technischen seite des werkes aber vom erscheinungsbild der uhren lasst euch überraschen am ende kommt noch mal etwas ganz ganz feines die dritte marke ist jean marcel da kann man mit einigem recht fragen warum die auf meinem kanal ist es sind doch swiss made uhren steht drauf das sagt jean marcel auch ganz offen aber in meinem kanal geht es um marken aus deutschland service aus deutschland wo sitzt die firma und nicht der produktionsstandort zum produktionsstandort habe ich schon mal ein separates video gemacht unter made in germany oder auch in meinem podcast da könnt ihr meine meinung nachhören oder nachlesen mir ist das nicht ganz so wichtig mir ist entscheidend wo die marke sitzt und die verantwortlichen sitzen und das ist bei jean marcel in deutschland die zweite marke die heute auf dem programm steht ist stowa da muss man glaube ich nicht allzu viel zu sagen ich hoffe aber ich kann euch dazu etwas sagen was so vielleicht noch nicht bekannt ist oder vielleicht auch in der zusammenstellung nicht bekannt ist kommen wir zuerst marke ich habe ja gesagt ich würde heute gerne über vier marken sprechen drei habe ich schon genannt das heißt bei der ersten werde ich über die marke nicht sprechen eine marke die mir vom erscheinungsbild aufgefallen ist als frische uhren als moderne uhren farbenfroh außergewöhnlich und eigentlich hatte ich mich richtig darauf gefreut die vorzustellen habe dann wie bei allen marken mit der firma telefoniert wird der marke marketing abteilung mit dem geschäftsführer und hier war im ersten kontakt die resonanz vorsichtig ausgedrückt zurückhaltend wir hatten dann vereinbart in einigen tagen nochmal zu telefonieren und da war der kontakt sehr freundlich sehr aufgeschlossen allerdings auch mit der bitte versehen die marke auf meinem kanal nicht vorzustellen ich weiß mal sprachlos und gedacht okay das akzeptiere ich natürlich aber ich wollte auch natürlich gerne wissen warum denn so schlecht finde ich meine videos nun auch wieder nicht naja und die antwort war dann alles aufklärend der geschäftsführer war der meinung dass meine videos toll sind er mag das konzept er mag auch das gesamtpaket was ich mache aber er hat gesagt für seine marke kommt das zum jetzigen zeitpunkt wohl zu früh weil sie die marke neu ausrichten wollen vom design her vom material her vom portfolio her und es wäre ihnen lieber die neu ausgerichtete marke in eine breitere öffentlichkeit zu bringen als den stand der jetzt gilt aber eben nicht bestand hat und das konnte ich hundertprozentig nachvollziehen und deshalb haben wir vereinbart sobald die marke im jahr 2022 neu aufgestellt ist neue produkte hat neue ausrichtung hat dann etwas ausführlicheres über diese marke zu machen das hat mich sehr gefreut auch wenn ich natürlich jetzt das problem habe in anführungsstrichen dass es nicht mehr volle 17 marken sind und ich mochte die zahl 17 ich mag primzahlen überhaupt und deswegen habe ich euch diese geschichte erzählt dann komme ich wenigstens auf 17 marken ohne sie namentlich zu nennen und ohne sie im detail vorzustellen es ist glaube ich der längste cliffhanger auf meinem kanal aber ich freue mich darauf und wollte euch schon einmal sagen es lohnt sich bis 2022 dran zu bleiben kleiner spaß am rande kommen wir jetzt sehr gerne zu der zweiten marke da muss ich kurz blättern weil so viel kann ich mir unmöglich merken die zweite marke wie gesagt ist stowa stowa wurde 1927 gegründet von walter stolz stowa sitzt in engelsbrand und seit 25 jahren gehört die marke jörg schauer und jörg schauer ist auch der geschäftsführer seit 25 jahren gehört ist nicht mehr ganz richtig denn stowa wurde kürzlich an tempus arte verkauft so dass die besitz verhältnisse jetzt andere sind aber jörg schauer ist nach wie vor der geschäftsführer der marke stowa für jeden uhrenfreund ist die marke stowa der name stowa auf der einen seite fest verbunden mit flieger uhren aber auch mit einem bauhaus design in form der stowa antea das sind glaube ich so die beiden marken prägenden designs die stowa ausmachen aber stowa baut viel mehr als das stowa baut wunderschöne marine uhren stowa baut aber auch robuste große taucher uhren einige modelle werden in bronze angeboten stowa baut auch chronographen eine eigene chronographen linie aber auch flieger als chronographen und hat insbesondere auch bei den flieger uhren unterschiedlichste designs zur auswahl sowohl flieger muster flieger uhr baumuster typ a baumuster als auch sehr moderne varianten von flieger uhren also ein breites aber klar definiertes portfolio das macht stowa aus zu stowa gehört noch eine andere marke schauer uhren jörg schauer hat also eine eigene uhren linie aufgelegt die preislich deutlich über stowa positioniert ist und als erkennungszeichen die zwölf schrauben auf der lünette hat egal ob die gehäusegrundform rund oder eckig ist auf jeder lünette sind zwölf schrauben positioniert und das ist das design typische merkmal von schauer abgesehen von der etwas edleren verarbeitung gegebenenfalls edleren materialien die preise der stowa uhren nicht der schauer uhren der stowa uhren bewegen sich im bereich von ungefähr 800 bis 2200 2400 euro das ist so der preisbereich in dem sich stowa bewegt wie gesagt schauer deutlich drüber ich möchte euch gerne noch ein paar uhren zeigen ein zwei bilder habe ich euch ja schon eingeblendet aber die stowa anthea die ich euch jetzt zeige ist ganz klar ein bauhaus design und eine uhr die auch bei nomos so ähnlich ist auf den strahl zwischen nomos und stowa möchte ich an dieser stelle gar nicht eingehen für mich ist es eine sehr typische stowa uhr ebenso wie die flieger uhren die ich euch jetzt gezeigt habe die es in unterschiedlichen designs größen gibt und teilweise auch als bronze versionen so dass man auch hier eine große auswahl hat die taucher uhren gibt es sowohl in form der pro diver als auch der c time mit unterschiedlichen wasserdichten einem etwas anderen ziffernblatt design aber einer identischen gehäuse form die pro diver in titan die c time wenn ich es richtig im kopf habe in stahl alles wunderschöne uhren und trotz der größe auch an meinem 17 cm handgelenk sehr gut zu tragen ich zeige euch jetzt noch mal ein bild einer marine denn das fand ich ebenfalls klasse hier kann man zwischen den werksvarianten wählen automatik handaufzug veredelt alles das lässt sich über den online shop regeln und zeigt wie breit stowa jetzt schon aufgestellt ist ich bin gespannt was in zukunft noch dazu kommt durch die integration in die tempus arte gruppe die dritte marke heute ja also ich hatte am anfang gesagt jean marcel ist eine deutsche marke das stimmt die firma sitzt in birkenfeld geschäftsführer sind jürgen kuhn und marcel kuhn für mich flog die marke immer deutlich unter meinem persönlichen radar obwohl die marke in diesem jahr ihr 40 jähriges jubiläum gefeiert hat also das ist schon mal eine ansage 40 jahre am markt ohne dass das portfolio darunter gelitten hat im gegenteil es ist ein irrsinnig breites portfolio so breit dass es mich als neueinsteiger für die marke zunächst mal echt aus den socken gehauen hat und auch ich muss das gestehen ein klein wenig verwirrt hat denn es gibt so viele modell namen und unter den modell namen noch verschiedene ausprägungen sowohl im stil als auch in der farbe dass ich da doch deutlich verwirrt war also eine marke in der man unglaublich viel entdecken kann wenn man sich die zeit nimmt und reinschaut ich würde aber gerne noch mal darauf zurückkommen warum ich meine dass diese marke in meinem kanal gut aufgehoben ist obwohl die uhren in der schweiz produziert werden die modell ausrichtung die ausrichtung der marke der produkte des produktportfolios alles das wird aus deutschland heraus definiert bestimmt und strategisch ausgerichtet die konstruktion der uhren erfolgt in deutschland das design der uhren erfolgt ebenfalls in deutschland und zum thema design komme ich gleich noch mal denn hier gibt es durchaus auch etwas außergewöhnliches service und reparatur sowie ersatzteilversorgung und alles das erfolgt ebenfalls aus deutschland heraus nur der ursprüngliche zusammenbau der uhr erfolgt in der schweiz es sind vielleicht also im ursprung schweizer uhren aber es ist und bleibt eine deutsche marke und deshalb finde ich sie auf meinem kanal gut aufgehoben und auch gut repräsentiert ich sprach eben vom design johmarcel hat nicht nur ein irrsinnig breites portfolio sondern auch einige entwicklungen für die sie zum teil sogar internationalen musterschutz beantragt haben finde ich toll wenn eine marke etwas selber entwickelt und auch eigene ideen bringt mir gefällt unter anderem dieses datum was ich euch jetzt einblende richtig gut das habe ich so auch doch nicht gesehen und ich habe auch keine ahnung wie aufwendig ist das herzustellen aber ich mag es einfach wenn mich eine uhr überraschen kann und dieses datum hat mich überrascht die uhren von jean marcel sind wie ich erwähnte sehr breit aufgestellt und das nicht nur im umfang des portfolios sondern auch in der technik es gibt sowohl quartz uhren als auch automatik uhren auch automatik uhren mit einem einfacheren oder mit einem verschönerten und aufgewerteten werk preislich liegen diese uhren im bereich von unter 400 euro bis deutlich über 2000 euro ich zeige euch jetzt mal einige uhren und ich werde nicht zu jeder uhr das modell dazu sagen vielleicht lege ich auch nur musik drunter weil es ist so vielfältig dass ich es mir nicht merken konnte und ich auch in der vorbereitung auf dieses videos keinen richtig vertieften zugang in die vielfalt der modelle gefunden habe so dass ich euch jetzt einfach einige impressionen zeige und hoffe euch auf die marke neugierig machen zu können so dass sie selbst mal rein klickt und schaut wie viel es dort zu entdecken ja das sind wir schon am ende meines zweiten videos über schwarzwald uhren und wie versprochen am ende noch mal etwas besonderes und zwar jochen benzinger mit benzinger uhren unikate die firma sitzt in pforzheim der geschäftsführer ist natürlich jochen benzinger ist nicht so sehr der uhrmacher im sinne von uhrwerksmacher aber er ist ein begnadeter künstler und das meine ich wirklich so wie ich sage er hat schmuck gravur gelernt und sich auch im punkto gioschieren weitergebildet ist also zu alten meistern gegangen hat sich die kunst des gioschierens gezeigt und hat damit zwei berufe erlernt oder zwei fertigkeiten erlernt die es meines wissens nach heute als lehrberufe gar nicht mehr gibt und damit beinahe zu den aussterbenden künsten gehören und er wendet das noch an und kreiert damit wirklich wunderschöne uhren von hand veredelt jochen benzinger ist seit 1985 selbstständig und bevor er eigene modelle entworfen hat hat er für sehr bekannte nationale und internationale marken uhrwerke veredelt und wirklich schöne sachen gemacht die man heute noch in den uhren sehen kann ohne direkt zu wissen dass es von ihm kommt jetzt vertreibt er auch uhren unter seinem eigenen namen da wo benzinger draufsteht ist auch benzinger drin also benzinger handwerkskunst mit tradition und das ist auch genau wörtlich zu nehmen die tradition denn es ist wirklich das traditionelle handwerk des schmuckgraveurs und des gioschierens und hierfür benutzt er zum teil über 100 jahre alte maschinen und werkzeuge die er im zuge der quarzkrise nach und nach aufgekauft hat um seine fähigkeiten seine fertigkeiten und seine möglichkeiten zu erweitern daraus entstehen heute uhren mit einer ganz speziellen individuellen handschrift die meisten uhren basieren auf etwa werken es gibt aber auch andere werke die er veredelt hat neben den stehenden modellen von denen ich euch auch gleich einige noch zeigen werde macht er auch sonderanfertigungen das heißt man kann tatsächlich mit einer uhr kommen die man schon hart und sagen ich möchte mir diese veredeln lassen nach diesen oder jenen vorstellungen und auch das würde gemacht werden preise habe ich nicht gefunden aber ich vermute sie übersteigen sehr deutlich das was ich bereit bin für eine uhr auszugeben was aber nicht bedeutet dass ich sie nicht wunderschön finde wie auch bei riba ist das nicht ganz der stil den ich üblicherweise trage wer meine videos kennt weiß dass aber ich bin fasziniert davon wie viel man aus diesen wirklich kleinen teilen in einer uhr rausholen kann und wie sehr man eine uhr optisch aufwerten kann dabei ist es völlig egal ob es der regulator ist ob es eine skelettierte uhr ist ob es die winzinger classic ist oder die winzinger wann das sieht alles richtig toll aus und jede uhr unterscheidet sich deutlich von der anderen hier hat was überhaupt keinen einheitsbrei sondern alles sehr individuelle uhren folgend der firmenphilosophie benzinger uhren unikate selbst innerhalb der stehenden reihen ist jede uhr ein unikat weil eben von hand veredelt und nicht maschinell computer gesteuert nach schema f benzinger hat aber auch werke veredelt und ohne auf die einzelnen werke einzugehen möchte ich euch hier einige impressionen zeigen weil ich das einfach wirklich wunderschön finde einfach nur anzuschauen was man aus uhren machen kann und eine solche uhr würde ich wahrscheinlich bevorzugt sogar mit dem zifferndatt auf dem arm tragen einfach nur um mir immer das werk anschauen zu können ja das waren jetzt drei marken und eine marke inkognito aus dem schwarzwald fünf hatte ich euch schon gezeigt hier sind wir bei vier macht in summe neun das heißt es bleiben noch acht übrig für meine kommenden videos vier sind ebenfalls im nord schwarzwald angesiedelt das wird das nächste video und vier kommen aus dem südlichen schwarzwald und ich freue mich irrsinnig darauf euch auch diese marken zeigen zu können schreibt mir gerne in die kommentare was ihr noch sehen möchtet vielleicht gibt es ja noch ein fünftes wenn ich zu viel vergessen habe ansonsten bleibt gesund erfreut euch an euren uhren und vor allem dingen freut euch auf die nächsten videos bis dahin tschüss euer axel